Die Stadt Romanshorn muss sparen. Das spüren jetzt auch die Handwerker, die auf dem traditionellen Wald sind. Wie zum Beispiel Zimmermannen. Die Stadt zahlt ihnen seit letztem Jahr nämlich kein Weggeld mehr. Immerhin, die Wandergesellen können auf die Unterstützung von Privaten zählen, die in Zukunft diese Beträge übernehmen. Trotzdem stösst diese Sparmassnahme auf Kritik. Dominik Zullian. Eine traditionelle Kluft, ein Stab und ein Wanderbuch. So ein Outfit für Zimmermänner, die auf die Walz gehen und die Welt bereisen. Traditionell kommen die Wanderburschen in der Schweiz auf der Gemeinde auch einen Stempel und ein kleines Weggeld über. Das Romanshorn wird zukünftig nicht von der Stadt, sondern von einem Privaten vorgezahlt. Eine Lösung, die Richard Bilgerin nicht versteht. Ich finde es schön, dass die Leute wieder ihren Batzen überkommen. Aber ich finde es schämig, dass wir für so etwas privat Leute engagieren und das nicht aus der Gemeindekasse zahlen. Seit 2017 zahlt Stadt Romanshorn kein Weggeld mehr an Wandergesellen. Nur dank einem Fonds von zwei Privatpersonen, die insgesamt 6'000 Franken eingezahlt haben, wird sich das ab 2019 ändern. Für den Romanshorner Stadtpräsident David Bohn eine gelungene Lösung. Ich verstehe, dass Leute auch teilweise sagen, warum jetzt genau da? Und das ist doch kein grosser Betrag. Aber wenn sie zwischen 800 und 1200 Franken haben pro Jahr, dann müssen sie mindestens das überlegen. Und der Stadtrat hat das auch entschieden. Und jetzt haben wir ja eine sehr gute Lösung, wo wir einen Teil beitragen in der Demonstration und die Weggelder selber kommen privat. Städte wie auch Gemeinden sind aber nicht verpflichtet, Geld an Leute auf den Wald zu zahlen. Wegen der Tradition halten aber viele Städte und Gemeinden daran fest. So sind auch die Beträge von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Mit gut 40 bis 60 Wandergselen in den letzten Jahren stecht Romanshorn aber raus. Eine Tradition, die für den Richard Pilgerin auch mit der heutigen Lösung könnte untergehen. Früher war es noch so, das weiss ich noch bei früheren Regierungen, dass wenn diese Leute gekommen sind, dass man sogar zum Gemeindamen raufgeführt hat und der diese begrüsst hat und denen den 20er in die Hand gedrückt hat. Ja, die Lösung wäre, dass man dann wieder offiziell ins Gemeindesbudget aufnimmt. Wir haben jetzt sehr eine nachhaltige Struktur mit dem Fonds. Mit dem ist auch reglementiert. Und da kann durchaus in einem späteren Zeitpunkt statt vielleicht auch einen Betrag in den Fonds einzahlen. Und der Fonds macht ja dann auch die Stadt, tut ja da mitschaffen, dann die Auszahlungen am Schalter. Ist beides möglich. Ich denke, das ist jetzt eben genau eine Lösung, die alles ermöglicht. Wie lange den Fonds am Schluss heben, weiss niemand. Klar ist auf jeden Fall, ab 2019 kommen die Wandergselen auch in Romanshorn wieder einen Batzen über.